Das wird eine heiße Kiste, aber wir freuen uns sehr darauf. Ich freue mich, dass der KSC im Achtelfinale ist total, weil ich finde, was machst du ohne KSC? Ich wohne ja nicht am Nordpol. Die wohnen ja genau neben uns. Wir brauchen die. Ich habe so viele Spiele gehabt in der Jugend gegen den KSC, da hat es oft so gerumst und es hat alle möglichen Ergebnisse gegeben. Und einmal das DFB-Pokal-Endspiel mit dem Markus Kauczynski. Es waren so viele tolle Spiele in der Jugend und so viele Spieler, die da gespielt haben, sind jetzt Profis geworden. Das ist für mich schon ein wirklich besonderes Spiel, muss ich schon auch sagen. Gegen diesen Verein, gegen den Markus zu spielen und dann ist da die Hütte voll im Wildpark. Das wird ein Hau und ein Stechen, also im positiven Sinne.